Das ist also Tim's Background und er wird uns jetzt aus der ganz unmittelbaren Realität Griechenlands berichten. Dankeschön. Er wird jetzt natürlich Englisch erzählen. Warum die Kopfhörer? Danke. Ich sehe nicht viele Leute mit Kopfhörern, also ich glaube, dass die meisten von Ihnen Englisch sprechen. Sie müssen mich überraschend sagen, aber ich versuche, dass ich in den Zeitraum von der Zeit verabschiedet bin. Ich bin hier, um zu sprechen über Griechen, mainly was passiert in Griechen, was wir in Griechen arbeiten, was wir in Griechen arbeiten, was wir in Griechen arbeiten, was die Krise gebracht hat. Und, drittens, um die wichtigsten Debatten und Diskussionen aus den Bewegungen zu verabschieden, was wir in Griechenland verabschieden. für die Anwendung des Kapitalismus' neuen Doctrinen von der Erkümmelung durch diese Possession. Die Griechen sind jetzt ein precedentes, für die Europäische Standards, attack auf ihre soziale, ökonomische und politische Rechte. Using die Soverein-Debt-Crisis als eine Entschuldigung, eine Reihe von neoliberalen Regeln haben folgt die Prescription der Troika. Die Schöne des Kapitalismus und die Bildung des Kapitalismus und die Bildung des Kapitalismus, die Verabschieden, die die Großartige der Bevölkerung der Bevölkerung durch die Schulden und die Verabschiedung, und, das wichtigste, die alles, was die Kapitalismus war, an den multinationalischen Unternehmen zu verabschieden. Die Griechen-Left hat nun nicht so weit zu verabschieden, um diese Offensive zu verabschieden. Das war durch die Strategie des Powerfuls, um die Gewalt und die Regeln zu verbreiten, um alle soziale Gruppen gegen einen anderen durch die Propaganda zu setzen. Und weil es eine neue Realität gibt, die wir in Griechen haben, ist, dass der soziale Konsensivität nicht mehr notwendig für den Ausgleichen der Macht. Das bedeutet, dass diese Veränderung der konstanten Erdwürfe und die Veränderung der Veränderung der Veränderung ist, und die Staten selbstverständlich verbreiten, kriminalisieren, manipulieren und leiden. Die Verwichter dieser Situation sind selbstverständlich die Verwichterinnen. Die Griechen sind als Lazy, Dependent und, wenn sie auf die Recht haben, sie sind sogar Verwichter oder Terroristen. Die Reaktionen auf der Partie der Bevölkerung haben sich verbreitet. Auf der einen Seite haben wir extreme Reaktionäre Reaktionen, wie der Reaktion des Golden Dome, eine Neon-Nazi-Nazis-Parte, die eine großartige Verteidigung hat. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, haben wir die Unprecedenten Aktivität und Kreativität der sozialen Bewegungen. Es gibt eine große Realität in Griechen, dass wir nicht nur die Verwichterung auf die Repräsentationale Strukturen mehr wie die Politischen Partien und die Verwichterung. Aber die Verwichterung und die Verwichterung ist notwendig. Ich möchte Ihnen drei Bewegungen, von denen ich direktes Wissen habe, die nicht nur Anti-Austerität oder Anti-Neoliberal sind, aber die Verwichterung ein ganz neues Weg, die vom Staat-Sponsor-Capitalismus und die Mantra, dass es keine Alternative gibt. Dies sind die Initiative, in dem Kontext des TAPAS, wie Stefan sagte, die folgen diese Grunde, die Resistenz, Horizontalität, Partizipation, Solidarität und die Aufmerksamkeit der Gemeinschaft. Die Gemeinschaft, wie Heike definiert es früher. Gemeinschaften, die Gemeinschaften, die Gemeinschaften, die Gemeinschaften, und die Selbstverwichterung, die manchen, die manchen. Die erste Initiative, wenn die Verwichterung der Thessaloniki, der Thessaloniki, der Thessaloniki, der Thessaloniki-Water-Kompany, wurde in 2011, die Bürgerinnen, die direktes Demokratie und Kooperativismus, mit der Water-Workers-Trade-Union in den Occupieden der Griechischen Indignados. Daher, haben sie ein Verwichterung für eine Verwichterung für die Verwichterung und die Verwichterung der Unternehmen und die Verwichterung der Thessaloniki-Water-Service. Sie haben eine neue Initiative genannt, die Initiative 136. Aufmerksamkeit auf den Einzelnen der Einzelnen, dass, wenn 136 Euro wird von jedem Hausaufwand, die Bürgerinnen können die Verwichterung und die Verwichterung die Verwichterung der Wasser-Kompany. In dieser Art, werden sie die Verwichterung von der Verwichterung und die Verwichterung durch die Verwichterung durch die Verwichterung durch eine direkte Demokratie in einer Non-Profit-Manner. Thus, ensuring die demokratische Unterstützung, die soziale Justizität und den Zugang an diesen vitalen Gooden für alle. In April 2013, die Initiative 136 die Verwichterung auf den öffentlichen Zentrum für die Verwichterung der Wasser-Kompany. Die Verwichterung wurde von der Verwichterung ohne die Verwichterung So, 136 Euro jetzt in der Verwichterung in den Verwichterungen für diese Entscheidung. In der gleichen Zeit, die Verwichterung die Gemeinschaft und die politische Druck auf die Verwichterung. die Verwichterung in der Verwichterung in der Verwichterung die Verwichterung bezeichnet. Die Verwichterung und die Verwichterung ein Verwichterung über die Verwichterung über die Verwichterung von der Verwichterung der Verwichterung in der Zeit, als die Europäische Verteilung, im Mai. Der zweite Beispiel, die ich möchte zeigen, ist das Selbstverwichterung der Verwichterung des Verwichterung von der Verwichterung von der Verwichterung. Im Februar, 2013, zwei Jahre nachdem die Verwichterungen der Verwichterung verabschiedeten die Verwichterung, 40 Mitglieder der Verwichterung der Verwichterung organisierten durch eine Verwichterung besonders die Strukturen der sozialen und Solidaritäts-Economie in Griechen. Die Arbeitnehmer der BMF face die Hostilität des Greek-States, aber es gibt auch eine Resistenz von einem großen Sektor der Kommunist-Left, die die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bewegen, zu werden, kleine Kapitalisten zu werden. According zu der Traditionell-Lefts-Mode der Gedanken, das, was nicht der Städte ist, ist privaten. Also, die Gesellschaft, in diesem Fall, hat keine selbstverständliche und selbstverständliche Existenz außerhalb der dominanten Institutionen der Städte und der Markt. Während dieser Hostilität, der BMF hat eine signifikante Erfolg, in die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und gleichzeitig hat er eine große Internationale Solidaritäts-Lefts-Lefts-Lefts-Lefts-Lefts-Lefts-Lefts-Lefts-Lefts-Lefts-Lefts-Lefts-Lefts-Lefts-Lefts, aber in mortal fallen bestimmte Er期 மodurchter, in Grieße undolareten cylinder... und meiner Bedürfnisse aus dem Verkhalkland internationalen Mehrwert auf metro Aborten Keilfen-Lefts-Lefts-Lefts-Lefts-Lefts-Lefts-Lefts-Lefts-Lefts-Lefts-Lefts-Lefts-Lefts-Lefts-Lefts-Lefts-Lefts-Lefts-Lefts durchfinde Dessaloniki-Lefts-Lefts-Lefts-Lefts-Lefts-Lefts Sie vermitteln freie Hilf-Care-Service für eine umgebrechende Bevölkerung von ungefähr 3 Millionen Grieken und Immigranten, die keine Social Security Coverage haben. Sie vermitteln sehr effizient. Durch die Horizontal-Decision-Makingen Sie finanzieren ihre Aktivitäten nur auf die Donation von individuellen, barring Unternehmen und Regierungsinstitutionen und versuchen sie zu engagieren die Gemeinschaft und die Patienten selbst in der Prozess des Selbstmanagement. In der gleichen Zeit, sie sind ein weiteres Bewegung in Griechen, die umgebrechende Gesundheit, indem sie umgebrechende Gesundheit, indem sie in direkte Aktivität, indem sie politische Pressure und versuchen, zu kreieren öffentliche Bewusstseins. Auf großartigen persönlichen Risiken, die Solidaritäts-Klinik-Volunteer, die als Physikerinnen und Physikerin in dem öffentlichen Gesundheitssystem honnen ihre Oath indem sie in den öffentlichen Hospitals uninsured Patienten, und die Patienten, die notwendig sind, oder zu kreieren, die die Solidaritäts-Klinik-Volunteer, können sie nicht beurteilen. Wir sehen dann, dass die Organisierte Gesellschaft, nicht mehr als der Staat, wird die Garten der Menschenrechte. Ich beginne diese Präsentation mit dem sagen, dass die politische, ökonomische und soziale Rechte der Griechen-Volunteer sind unter attack. Aber was ich hier war nicht großartig, die Menschenrechte protestieren, und behaupten, dass die Rechte beurteilen sind. Es ist nicht so, dass es keine solche Sache ist. Natürlich gibt es vieles. Insofern, ich empfehle mich zu presentieren, wo ein Gruppen von Menschen organisiert von unten, und nur versucht, zu zurückzuholen, was sie verraten. In diesem Fall, das Wasser, die Gesundheit und Arbeit. Sie haben aus der Hoffnung mit den politischen und sozialen Institutionen geschehen. Sie haben eine andere Welt und gleichzeitig, sie entwickeln die Instrumenten um diese Welt zu verändern. Neue Instrumenten, die freiwillig aus der Strukturen der Macht und sie arbeiten außerhalb den Platz der Repräsentationale Demokratie, die sind, konsistendlich, kooptiert, und unterliegt und unterliegt, und unterliegt, die traditionellen der Macht. Diese Bewegungen suchen nicht nur neue Spiele der politischen Unterstützung und die Debatte, sondern auch auf eine andere Art von Prinzipien. Solidarität, Kooperation, Selbstmanagement, Unterstützung, Gemeinschaft, die Gemeinschaft und die Behörden der Gemeinschaft. In short, das Gespräch mit neuen Anwendungen der politischen Regierung von unten, anzüglich, als die Recht der Anwendungen der Macht ist. Das ist nicht zu sagen, dass die soziale Bewegungen und Organisationen müssen, die Anwendung der Verwärmung der Verwärmung der Verwärmung. Wir haben, wir müssen bewusst sein, die Grenzen des Menschenrechte und die individuellisierung die es produziert vorhanden der Macht. Wir müssen bereit sein, wenn es hilft, die Asymmetris der Macht von Verwärmung der Verwärmung von denen, die von denen, die Verwärmung. der Macht. Wir haben schon gesehen, wie die Solidarität von den Verwärmungen selbst. So, Kapitalismus ist durch eine Strukturelle Krise. Es hat erreicht ihre energetische, environmental und soziale limits. Die Praktiken der Verwärmung der Solidarität und der Ökonomie, durch die Frage der Hauptverwärmung der Hauptverwärmung, der politische Verwärmung, der Neue und politische Verwärmung? Oder haben wir die Möglichkeit der Kapitalismus eine Ausfläche? von den Problemen. Dies ist eine große Debatte in den Verwärmungen. Indeed, Kapitalismus befindet sich den Problemen der soziale Produktion. Es ist nicht oder nicht zu Verwärmung der Verwärmung. Verwärmung der Verwärmung der Verwärmung. Kapitalismus versucht, was Massimo De Angelis nennt, eine Kommunikation. Es versucht, die Solidarität Strukturen, die Kooperativen, als eine einfache und Hilfe, die Verwärmung, etc. durch eine Verwärmung des Thatcher, nicht so wie eine Gesellschaft. Die Menschen sind left für sich, während der Verwärmung der Verwärmung. Das ist weshalb der Verwärmung und Kooperativen Verwärmung von Kommunikation verwendet als Social, Entrepreneurship, NGOs, Solidarität Networks, etc. ist institutionell verwendet in der Neoliberalist Europäische Union in crisis. Das ist weil sie verwendet aus den Verwärmung und Verwärmung der Verwärmung und der sozialen Verwärmung. nicht genug. Und kann sogar zurückführen wie eine Strategie. Die Verwärmung ist ein Verwärmung und Verwärmung. Die Verwärmung mit sozialen Praktiken und Institutionen. In anderen sind nicht genug um die Verwärmung der Verwärmung. Die Verwärmung ist eine soziale emancipation und politische emancipation der Menschen und nicht nur die extrem der Kapitalismus. Die Verwärmung und Verwärmung und Verwärmung. Die Verwärmung und Verwärmung mit den Verwärmung der Verwärmung von Kapitalismus. Und für Verwärmung Verwärmung und Einsch für